Hier ist Elias Haug, Nachrichten nach dem Ton. Ja, Volker Brand, Hausverwaltung. Herr Haug, Sie haben mich hier angerufen und ich kann Ihnen sagen, dass ich wegen der Beschwerde einiges in die Wege ableiten können lassen. Ihre Nachbarin wurde gekündigt aus Gründen und sie hatte sich auch selber verschuldet. Und ich möchte mich nochmal im Namen der Hausverwaltung und auch im Namen aller anderen Nachbarn und Mitbewohner wirklich entschuldigen, denn sie brauchen wirklich jegliche Unterstützung. Also wir stehen da komplett hinter Ihnen und ich möchte wirklich sagen, Frau Hinz hat da wirklich also den Vogel abgeschossen, dass sie sich da gewagt hat, sich zu beschweren. Es gibt natürlich in Ihrem Fall überhaupt nicht den Verdacht einer Ruhestörung, sei es durch lautes Sprechen, Singen, Musik, Fernsehen. Wir unterstützen Sie in jedem Fall in allen Ihren künstlerischen Ambitionen und wir hoffen auch in Zukunft mehr von Ihnen zu hören auf YouTube, MySpace oder sonstiges. Und ich möchte mich nochmal entschuldigen, entschuldigen im Namen von Frau Hinz, der gekündigt wurde natürlich. Und ich werde Sorge tragen, dass die neue Nachbarin mehr Verständnis empfindet für ihre künstlerischen Dinge.